Willkommen zurück zu Mario & Luigi Dream Team. Es geht noch viel tiefer in die Traumwelt rein. Und jetzt glaube ich, dass wir bald das dritte Traumei benutzen. Jungs, hier entlang. Genau. Aber es gibt ja hier noch so eine Verbindung. Hier ist wieder die Verbindung zu dem Laden. Aber ich glaube, ich habe alles und so lasse ich den Laden einfach mal da stehen. Welche Röhre war es denn jetzt? Die genau. Gut. Sag, was geht ab, Leute? Habt ihr das letzte Trauma erwischt? Oh ja, das ist es. Mit diesem Teil erweitern wir die Traumwelt auf XXL-Format. Tu es! Ich fühle mich gut! Na bitte! Wenn wir hier durchgehen, kommen wir zum tiefsten Punkt dieser Traumwelt. Glaubt mir, niemand wird Peach da noch aufspüren können. Übrigens, wegen der Monster, die hier aufgetaucht sind. Habt ihr irgendeine Idee, wer die reingelassen haben könnte? Bei uns und seine Schergen? Suche nach der Prinzessin, ja? Verstehe. Klingt gefährlich. Besser, ich nehme mich auch in Acht. Hm. Schätze, ich bin fertig hier. Und das heißt, ich bin raus. Mario! Jemand schlippt Monster in die Traumwelt ein? Oh ja! Gesehen habe ich zwar noch keine, aber gefährlich klingt das schon. Oh, macht euch keine Sorgen, ich komme schon zurecht. Ihr könnt ruhig den Weg in die Tiefe auskundschaften. Aber vorher versprecht mir, dass ihr vorsichtig sein werdet. Gut, wieder den Hintergrund. Es geht noch tiefer rein. Okay, ein Speicherpunkt. Was haben wir hier? Äh, was ist das? Angriffsschal? Okay. Heißt das jetzt etwa, hier kommt ein Boss? Wieder ein Riesenboss, obwohl, nö, sieht eigentlich nicht so aus. Gut. Genau. Okay. Hier sind nur Münzen. Äh, Moment, was denn? Ich dachte, jetzt bauen sie sich wieder zu der Formation auf. Hm, egal. Hm, falsch. Gut. Ich gucke nochmal auf die Karte. Keine Nische an. Und, oh, hier ist ein riesiger Bereich. Hup. Okay, ähm. Stampfen? Wo geht's denn da lang? Wo geht's denn da lang? Hm. Karte. Ach so, da unten. Ultrabonbon. Und, ach so, verstehe, verstehe. Das ist eine Verbindung. Gut. Weiter geht's. Da spring ich mal rauf. Nochmal. Nö, geht nicht. Hm. Okay, ich spring mal hier rauf. Okay. Haben wir noch 100 Münzen? Aber da drüben ist auch noch was. Da auch noch? Nö. Okay, aber... Oh, hier ist noch etwas. Ach so! Oh, ja, ja, ja. Das sind die Plattformen, die ich vorhin schon zertrümmert habe. Die sind wieder da, weil ich eben, naja, so rausgegangen bin aus dem Bereich. Genau. Gut. Okay, wieder Gravitationsspielchen. Gut. Obwohl... Vielleicht ist da oben was. Oh je, nur mit Pflanzen. Gut. Ei-ui... Eii-mi-nei... 3 certified Pyanerpflanzen. Und Manchas. Ui. Oh ... Oh nein. Oh nein. Oh ein Glück. Und nicht noch mehr. Ich will endlich mich heilen. Boah. Na endlich. Wie oft dürfen die den angreifen? Gut, das ist schon besser. Okay. Hopp, hopp. Gut. Gut, eine ist erledigt. Also ich muss zugeben, diese Piranha-Pflanzen. Die sind hart. Harte Gegner. Okay, hier wende ich jetzt einen Trick an. Genau so. Ja, was? Der Feuerball! Und Traumlinge. Aber jetzt ist die nicht schwer. Die Piranha-Pflanzen schon. Manche ist oder möchte gern pflanzen. Okay, das wieder. Oh je, meine KP. Okay. Superpilz. Gut. Und auch mehr. Diese Piranha-Pflanzen können sie an schönen Nerven. Gut, und jetzt bitte. Okay. Ich verschwende hier noch meine ganzen Items. Gut. Deine ist schon mal weg. Das ist gut. Gut. Gut, und jetzt auf die Pflanze. Gut. Gut, zwei stehen noch. Die sind schnell weg. Gut, Level up. Ja! KP brauche ich dringend. Gut, aber war hier nicht noch... Aber nur eine Pflanze, das ist gut. Gut, auf sie. Diese Mannschaft war schon in anderen Spielen nervig. Und es sind sie auch hier. Aber das geht schnell. Okay, hier ist nichts. Ich wollte eigentlich noch weiter drehen. Und rein. Ach, das wieder. Ach so, ich kann mich schon bewegen. Entschuldige. Hm. Gut. Ich drehe mal nach oben. Ja, ich hab's schon. Mario. Mario. Ich habe mir Sorgen gemacht und wollte nachsehen, ob es dir gut geht. Unglaublich! Ihr habt den Eingang geöffnet. Sehen wir nach, was uns dort da unten erwartet. Ich glaube kaum, dass Bowser uns bis in das Innerste der Traumwelt folgen wird. Aber wer weiß, was uns dort erwartet. Vielleicht sollten wir vor der Abreise noch einmal speichern. Peach. Das war nicht sehr helle von dir. Alles über den Kopf da rein zu rennen. Okay. Ich speichere. Da ich stark vermuten wird, dass da ein Bosskampf kommt. Da unten würde ich sagen, ich beende den Part hier. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Tschüss!